Digga, halt zum Maul, Alter! Was soll man denn da gemacht? Ich wurde doch gestern 11.80 Uhr im Westen wieder aufgeschlafen, ne? In diesem Hohensinn. Putschest! Guck mal, ich sag, es läuft da, siehst du? Ja, ja. Digga! Wie hieß der, Digga? Ah! Noch einer! Halt zum Maul, Alter, ich hab keine Waffe! Fickt euch! Ich schieß eigentlich auf dich! Ja, doch! Hä? Wirklich? Sie haben einen? Wann mit? Die Kräuter sind hier. Ich beschleifte Sie, Leute. Das ist doch ein, Mensch. Wie wenn ich mich noch etwas schlägt? Ich werde dir nicht mehr so schladen. Ich werde dir die Kräuter in einem continua mit. Was ist das? Digga, halt's Maul, Alter! Was soll man denn da machen? Die hat so oft mit der Spitze einen auf den Knackloss für mich, Alter. Digga, was? Was? Alter, was? Halt's Maul!